3. Hütten am Strand Jack beugte sich weit hinunter. Mit der Nase nur wenige Zentimeter über der feuchten Erde kauerte er da wie ein Sprinter. Die Baumstämme und die Schlingpflanzen, die sie schmückten, verschwanden zehn Meter über ihm in einem grünen Dämmer, ringsumher war nur Unterholz. Nur ganz schwach war ein Pfad zu erkennen, ein zerbrochener Zweig und vielleicht der Abdruck eines Hufs. Jack senkte das Kinn und starrte die Spuren an, als wollte er sie zum Sprechen zwingen. Dann schlich er wie ein Hund unbequem auf allen Vieren voran, was ihn aber nicht weiter kümmerte, und stoppte. Da war die Schlinge einer Pflanze mit einer von einem Knoten baumelnden Ranke. Die Ranke war von unten glatt poliert. Schweine, die durch die Schlinge stiegen, rieben mit ihren Borsten daran entlang. Jack hockte da, hielt sein Gesicht nur ein paar Zentimeter von diesem Hinweis entfernt und starrte dann in das Halbdunkel. Sein rötliches Haar, das erheblich länger war als bei ihrer Ankunft, hatte sich aufgehellt. Sein nackter Rücken war eine Masse aus dunklen Sommersprossen und Sonnenbrand, von dem sich die Haut abschälte. In der rechten Hand hielt er einen etwa anderthalb Meter langen, angespitzten Stock, und bis auf die zerschlissene kurze Hose, die von seinem Messergürtel gehalten wurde, war er nackt. Er schloss die Augen, hob den Kopf, atmete leise mit geblähten Nasenlöchern ein und wertete den warmen Luftstrom aus. Der Wald und er waren ganz still. Endlich atmete er mit einem langen Seufzer aus und öffnete die Augen. Sie waren strahlend blau, Augen, die vor Enttäuschung hektisch und fast irre wirkten. Er fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen und studierte den schweigsamen Wald. Dann schlich er weiter und suchte hier und da den Boden ab. Die Stille im Wald war noch bedrückender als die Hitze. Zu dieser Tageszeit hörte man nicht einmal Insekten summen. Erst als Jack einen farbenprächtigen Vogel aus einem einfachen Nest aus Reisig aufscheuchte, wurde die Stille durchbrochen und ein scharfer Schrei, der aus dem Abgrund der Jahre zu stammen schien, stieß auf lauten Widerhall. Jack atmete zischend ein und machte sich klein und eine Weile war er nicht mehr Jäger, sondern ein verstohlenes, affenartiges Wesen im Baumgewirr. Dann trieben ihn der Pfad und die Enttäuschung weiter und er suchte eifrig den Boden ab. Am Fuße eines riesigen Baumes, auf dessen grauer Rinde blasse Blumen wuchsen, schloss Jack die Augen und atmete erneut die warme Luft ein. Diesmal nahm er nur einen kurzen Zug, eine leichte Blässe wanderte ihm übers Gesicht, dann strömte wieder das Blut. Er huschte wie ein Schatten durch die Dunkelheit des Baums, kauerte sich hin und besah sich den Trampelpfad zu seinen Füßen. Der Kot war noch warm. Er sammelte sich auf aufgewühlter Erde, olivgrün, glatt und noch ein wenig dampfend. Jack hob den Kopf und starrte das unergründliche Gewirr der Schlingpflanzen an, die sich über den Weg rankten. Dann hob er den Speer und kroch voran. Hinter den Schlingpflanzen schloss sich die Spur einem Wildwechsel der Schweine an, der breit und ausgetreten genug war, um als Pfad zu dienen. Ihm vertraute Hufe hatten den Boden festgestampft und als er sich ganz aufrichtete, hörte er, wie sich darauf etwas bewegte. Er holte mit dem rechten Arm aus und schleuderte den Speer mit aller Kraft. Vom Schweinepfad klang das schnelle, harte Kastagnettengeklapper der Hufe herüber, verführerisch zum Verrücktwerden, die Verheißung von Fleisch. Jack stürzte aus dem Unterholz und schnappte sich seinen Speer. Das Trappeln der Schweinefüße verging in der Ferne. Jack stand da, schweißnaß mit brauner Erde verschmiert, von all den Widrigkeiten der Jagd verdreckt. Er fluchte, verließ den Wildwechsel und suchte sich einen Weg. Dann lichtete sich der Dschungel ein wenig und statt der nackten Baumstämme, die ein dunkles Dach trugen, gab es nun hellgraue Baumstämme und federige Palmenkronen. Dahinter lag das glitzernde Meer und Jack hörte Stimmen. Ralph stand neben einem Gebilde aus Palmenstämmen und Wedeln, einem primitiven Schutz mit Blick auf die Lagune, der gleich umzustürzen drohte. Er merkte nicht, dass Jack ihn ansprach. Hast du Wasser? Ralph blickte stirnrunzelt aus dem Blattgewirr auf. Er sah Jack an, erkannte ihn aber nicht. Ob du Wasser hast, habe ich gefragt. Ich habe Durst! Ralph wandte seine Aufmerksamkeit von dem Unterstand ab und schreckte auf, als er Jack erkannte. Ah, hallo! Äh, äh, Wasser! Da, neben dem Baum! Sollte noch was da sein! Jack griff sich eine Kokosnussschale voller Wasser aus einer im Schatten aufgestellten Reihe und trank. Das Wasser lief ihm über Kinn, Hals und Brust. Als er fertig war, atmete er ihr schwer. Höh, das war dringend! Simon sprach aus dem Unterstand heraus. Äh, noch ein Stück höher! Ralph drehte sich um und hob einen Zweig mit einer Schicht Blätter. Die Blätter lösten sich und flatterten zu Boden. Simons zerknirschtes Gesicht tauchte in der Lücke auf. Tut mir leid! Ralph besah sich das unglückvolle Wiederwillen. So wird das nie was! Er warf sich vor Jack zu Boden. Simon blieb, wo er war, und schaute zum Loch hinaus. Wie er so da lag, erklärte Ralph. Wir arbeiten jetzt schon seit zwei Tagen dran. Und schau! Zwei Schutzhünden standen, wirkten aber wackelig. Die hier war zu nichts zu gebrauchen. Ständig hauen sie ab. Weißt du noch, die Versammlung? Wie alle schwer schuften wollten, bis die Unterstände fertig sind? Nur meine Jäger und ich nicht. Nur die Jäger nicht. Naja, die Kleinen sind... Er gestikulierte und suchte nach Worten. Hoffnungslos! Die Älteren sind auch nicht viel besser. Schau, den ganzen Tag schuften Simon und ich hier schon. Sonst niemand! Die anderen schwimmen, essen oder spielen! Vorsichtig steckte Simon seinen Kopf heraus. Du bist der Anführer. Sag ihnen mal gründlich Bescheid. Ralph lag flach auf dem Rücken und sah zu den Palmen und Himmel hinauf. Versammlungen! Wie wir sie lieben! Jeden Tag! Zweimal am Tag reden wir! Er stützte sich auf einen Ellenbogen. Ich wette, wenn ich jetzt ins Muschelhorn blase, kommen sie alle angerannt. Dann sind wir alle sehr ernst und jemand sagt, wir sollen ein Jet bauen oder ein U-Boot oder ein Fernseher. Und wenn das Treffen vorbei ist, arbeiten sie fünf Minuten lang und verschwinden wieder oder gehen jagen. Jack wurde rot. Wir wollen Fleisch! Naja, noch haben wir keins. Und wir brauchen sowas wie Hütten. Außerdem ist der Rest deiner Jäger schon vor Stunden wieder aufgetaucht. Sie sind schwimmen gegangen. Ich bin weitergegangen, beteuerte Jack. Ich hab sie gehen lassen. Ich musste noch weiter. Ich... Er wollte den Drang erklären, Spuren zu lesen und zu töten, der ihn schier auffraß. Ich bin weitergegangen. Ich dachte, allein... Wieder blitzte der Irrsinn in seinen Augen auf. Ich dachte, ich könnte was erleben. Ja, hast du aber nicht. Ich hatte es gehofft. Eine verborgene Leidenschaft schwang in Ralfs Stimme mit. Aber noch hast du nicht. Wenn da nicht dieser Unterton gewesen wäre, hätte seine Bemerkung fast beiläufig geklungen. Möchtest du nicht lieber bei den Unterständen mithelfen? Vielleicht? Wir wollen Fleisch! Und kriegen keins! Jetzt trat die Feindseligkeit deutlich zutage. Wehrt euch aber! Nächstes Mal! Ich brauche einen Haken an dem Speer. Wir haben ein Schwein getroffen, aber der Speer ist wieder rausgefallen. Wenn wir nur wieder Haken hätten! Wir brauchen Unterstände! Plötzlich wütete Jack. Machst du mir etwa Vorwürfe? Ich sage nur, wir haben schwer geschuftet. Mehr nicht. Beide waren rot im Gesicht und hatten Mühe, sich anzuschauen. Ralf drehte sich auf den Bauch und spielte mit dem Gras herum. Wenn es wieder so regnet wie bei unserer Ankunft, dann brauchen wir Schutz. Und noch was. Wir brauchen Schutz wegen... Er hielt kurz inne. Beide schoben sie den Ärger beiseite. Dann fuhr Ralf mit einem anderen, sicheren Thema fort. Ist dir doch sicher auch aufgefallen, oder? Jack legte den Speer beiseite und hockte sich hin. Was denn? Naja, sie haben Angst. Er drehte sich um und sah in Jacks grimmiges, schmutziges Gesicht. Sieht jedenfalls so aus. Sie träumen. Du kannst sie hören. Bist du nachts wach? Jack schüttelte den Kopf. Die Kleinen reden und schreien im Schlaf. Von den anderen auch ein paar. So als ob das hier keine gute Insel ist. Die beiden schauten überrascht auf bei dieser Unterbrechung und sahen Simon an, der ein ernstes Gesicht machte. Als ob, fuhr Simon fort, das Monster, das Monster oder das Schlangen-Dings echt ist. Wisst ihr noch? Die beiden älteren Jungs zuckten bei der Erwähnung des schändlichen Wortes zusammen. Von Schlangen wurde nie gesprochen. Die waren tabu. Als ob das hier keine gute Insel ist, wiederholte Ralf langsam. Ja, klar. Jack setzte sich auf und streckte die Beine aus. Die sind doch behämmert! Übergeschnappt! Weißt du noch, als wir entdecken waren? Sie grinsten sich an und dachten an den Glanz des ersten Tages. Dann fuhr Ralf fort. Deshalb brauchen wir Schutzhütten. So eine Art... Zuhause. Genau! Jack zog die Beine an, umklammerte die Knie und runzelte die Stirn bei dem Bemühen, den Gedanken klar zu fassen. Trotzdem, im Wald... Ich meine, wenn du jagen gehst, nicht beim Obst suchen, natürlich, aber wenn du alleine unterwegs bist... Er schwieg kurz, war sich nicht sicher, ob Ralf ihn ernst nahm. Sprich weiter. Auf der Jagd kriege ich manchmal so ein Gefühl. Als ob... Plötzlich wurde er rot. Da ist natürlich nichts dran. Nur so ein Gefühl. Aber... Das ist so, als ob ich nicht gejage, sondern gejagt werde. So, als ob da die ganze Zeit im Dschungel etwas hinter mir her ist. Wieder schwiegen sie. Simon war angespannt, Ralf skeptisch und ein wenig ärgerlich. Er setzte sich auf und rieb sich mit einer schmutzigen Hand die Schulter. Also, ich weiß nicht. Jack sprang auf und sprach ganz schnell. So fühlt man sich eben im Wald. Natürlich ist da nichts. Es ist nur... Nur... Er machte ein paar schnelle Schritte zum Strand und zurück. Ich weiß, wie sie sich fühlen. Verstehst du? Mehr nicht. Am besten tun wir alles, damit wir gerettet werden. Jack musste einen Augenblick überlegen, bevor ihm wieder einfiel, was Rettung bedeutete. Rettung? Ja, natürlich. Aber erst möchte ich noch ein Schwein jagen. Er schnappte sich den Speer und schmetterte ihn in den Boden. Wieder tauchte dieser undurchsichtige, irre Blick in seinen Augen auf. Ralf beobachtete ihn skeptisch durch sein wirres, blondes Haar. Hauptsache, deine Jäger denken ans Feuer. Du und dein Feuer! Die beiden Jungs stapften zum Strand hinunter, drehten sich am Wasser um und schauten zum rosafarbenen Berg zurück. Die kleine Rauchfahne malte eine Kreidelinie an den dunkelblauen Himmel. Zog weit nach oben und löste sich auf. Ralf runzelte die Stirn. Ich frage mich, wie weit man das wohl sehen kann. Ah, meilenweit! Ah, es qualmt nicht genug. Als würde die Rauchfahne ihren Blick bemerken, verdichtete sie sich zu einem cremigen Fleck, der die schwache Säule emporstieg. Sie haben grüne Zweige aufgelegt, murmelte Ralf. Ich frage mich. Er drückte die Augen zu Schlitzen, drehte sich um und suchte den Horizont ab. Ich hab's! Jack brüllte so laut, dass Ralf erschrak. Was? Wo? Ein Schiff? Doch Jack wies auf den hohen Abhang, der vom Berg zum flacheren Teil der Insel führte. Na klar! Die liegen da oben! Müssen sie ja, wenn's so heiß ist! Ralf betrachtete ungläubig Jacks verzücktes Gesicht. Dann ziehen sie da hoch! Hoch in den Schatten! Sie ruhen sich bei der Hitze aus! Wie die Kühe daheim! Ich dachte, du hättest ein Schiff gesehen. Wir könnten uns anschleichen und die Gesichter anmalen, damit sie es nicht merken. Sie vielleicht umzingeln und dann... Der Zorn übermannte Ralf. Ich redete von dem Rauch. Willst du denn nicht gerettet werden? Du redest nur von Schwein, Schwein, Schwein. Aber wir wollen doch Fleisch haben! Ich schufte den ganzen Tag mit Simon allein und du kommst einfach her und bemerkst noch nicht mal die Hütten. Ich hab auch was getan! Weil du es magst! rief Ralf. Du willst ja jagen! Und ich... Sie standen am hellen Strand und fixierten einander. So erstaunt waren sie über diesen Gefühlsausbruch. Ralf sah als erster weg und tat so, als würde er sich am Strand für eine Gruppe von Kleinen interessieren. Jenseits der Rampe konnte man die Jäger im Bassin kreischen hören. Am Ende der Rampe lag Piggy da und schaute ins klare Wasser. Keiner hilft richtig! Er wollte erklären, dass die Menschen nie so sind, wie man glaubt. Simon! Der hilft! Er zeigte auf die Unterstände. Alle anderen sind abgehauen! Er hat so viel gemacht wie ich, nur... Simon ist doch sowieso immer hier! Ralf ging zu den Konstruktionen zurück. Jack begleitete ihn. Ich helfe dir ein bisschen, murmelte er. Dann gehe ich schwimmen. Ach, lass nur. Als sie bei den Unterständen ankamen, war von Simon keine Spur zu sehen. Ralf steckte den Kopf durchs Loch, zog ihn wieder heraus und drehte sich zu Jack um. Abgehauen! Er hatte wohl genug und ist schwimmen gegangen, meinte Jack. Ralf runzelte die Stirn. Er ist seltsam. Irgendwie komisch. Jack nickte, allein um schon mit Ralf einer Meinung zu sein. Schweigend ließen sie den Unterstand zurück und gingen zum Badeloch. Und dann, wenn wir gebadet und was gegessen haben, sagte Jack, gehe ich rüber zu der anderen Bergseite und schau mal, ob ich Spuren finde. Kommst du mit? Aber die Sonne geht doch schon bald unter. Vielleicht ist ja noch Zeit. Die beiden gingen weiter. Zwei Kontinente an Erfahrungen und Gefühlen, die sich einander nicht mitteilen konnten. Wenn ich doch nur ein Schwein erwische. Ich gehe zurück und baue am Schutz weiter. Verwirrt, aus Zuneigung und Hass, sahen sie sich gegenseitig an. Das warme Salzwasser im Badeloch, das Rufen, Planschen und Lachen reichte aus, um sie wieder miteinander zu versöhnen. Simon war nicht baden, wie sie erwartet hatten. Als die anderen beiden zum Strand gestapft waren und zum Berg hinauf geschaut hatten, war er ihnen ein paar Meter gefolgt und dann stehen geblieben. Stirnrunzelnd hatte er einen Haufen Sand am Strand betrachtet, wo jemand versucht hatte, ein kleines Haus oder eine Hütte zu bauen. Dann machte er kehrt und ging zielstrebig in den Wald. Simon war klein und dürr. Er hatte ein spitzes Kinn und strahlende Augen, die Ralf zu der irrigen Annahme gebracht hätten, er sei ausgelassen und lustig. Das grobe, schwarze Haar hing lang herab und verdeckte fast vollständig die niedrige, breite Stirn. Er trug eine zerschlissene, kurze Hose und war genau wie Jack barfuß. Simon, der sowieso schon eine dunkle Haut hatte, war von der Sonne zu einem tiefen Braun gebrannt, das vor Schweiß glänzte. Er fand einen Weg die Schneise entlang, kam an dem großen Felsen vorbei, auf den Ralf am ersten Tag gestiegen war, dann bog er nach rechts ab in den Wald. Mit gewohntem Schritt überquerte er die breite Fläche der Obstbäume, wo selbst die faulsten noch eine leichte, wenn auch unbefriedigende Mahlzeit fanden. Blüten und Früchte gediehen am selben Baum, überall roch es reif, unzählige Bienen summten sammelnd umher. Hier holten ihn die Kleinen ein, die ihm gefolgt waren. Sie redeten, riefen Unverständliches, zerrten ihn zu den Bäumen. Simon pflückte ihnen inmitten des Getöses der Bienen in der Nachmittagssonne die Früchte, an die sie nicht drankamen, zog die schönsten von ihnen aus den Kronen, reichte sie den endlos ausgestreckten Händen. Als sie genug hatten, hielt Simon inne und schaute sich um. Die Kleinen sahen ihn über volle Hände mit reifen Früchten hinweg unergründlich an. Simon machte Kehrt und ging, wohin ihn der kaum erkennbare Pfad führte. Schon bald umfing ihn dichter Dschungel. Große Stämme trugen überraschend blasse Blüten bis hinauf in die dunklen Wipfel, wo das Leben lärmte. Selbst die Luft war dunkel und die Schlingpflanzen ließen ihre Seile baumeln, wie die Takelage versunkener Schiffe. Simons Füße machten Abdrücke in der weichen Erde und wenn er gegen die Schlingpflanzen stieß, erzitterten sie in ganzer Länge. Endlich kam er zu einer Stelle, an der mehr Sonne durchdrang. Da die Schlingpflanzen es nicht so weit zum Licht hatten, hatten sie am Rande einer Lichtung im Dschungel eine große hängende Matte geflochten. Hier drangen ein paar Felsen aus dem Boden und ließen kaum mehr Wuchs zu als wenige kleine Pflanzen und Farne. Das Ganze war umzäunt von dunklen, wohlriechenden Büschen und wirkte wie ein Kessel aus Hitze und Licht. Ein großer, in einer Ecke gestürzter Baum lehnte an den noch stehenden Bäumen, eine Kletterpflanze stellte bis weit oben rote und gelbe Zweige zur Schau. Simon blieb stehen. Er schaute über die Schulter nach hinten, wie Jack das auf den engen Pfaden immer tat, und verschaffte sich einen schnellen Überblick, wollte sicher sein, dass er völlig allein war. Einen Augenblick lang wirkten seine Bewegungen ganz verstohlen. Dann beugte er sich vor und kroch ins Zentrum der Matte hinein. Die Schlingpflanzen und Büsche standen so eng, dass er seinen Schweiß daran abstreifte und sie sich wieder hinter ihm schlossen. Als er in der Mitte versteckt war, befand er sich in einer kleinen Hütte, die durch ein paar Blätter vom offenen Raum abgeschirmt lag. Er kauerte sich hin, schob die Blätter beiseite und sah auf die Lichtung hinaus. Außer ein paar bunter Schmetterlinge, die sich in der heißen Glut umflatterten, rührte sich nichts. Simon hielt den Atem an und lauschte angestrengt nach den Klängen der Insel. Der Abend legte sich über die Insel. Der Gesang der strahlend bunten Vögel, das Summen der Bienen, selbst das Kreischen der Möwen, die zu ihren Nestern an den kantigen Felsen zurückkehrten, wurde schwächer. Das Meer, das sich meilenweit draußen am Riff brach, erzeugte einen Grundton, der noch leiser war als das Rauschen des Blutes. Simon ließ die Blätterwand wieder sinken. Die Gitter honigfarbenen Sonnenlichts nahmen immer mehr ab. Die Streifen glitten über die Büsche, über die grünen, kerzenartigen Blüten, zogen hinauf in die Baumkronen. Dann machte sich Dunkelheit unter den Bäumen breit. Die prächtigen Farben erstarben im vergehenden Licht. Hitze und alle Dringlichkeit legten sich. Die Kerzenblüten rührten sich. Ihre grünen Kelchblätter zogen sich ein wenig zurück, und die weißen Blütenspitzen reckten sich sacht in die offene Luft. Nun war die Sonne aus der Lichtung gewichen und vom Himmel verschwunden. Dunkelheit ergoss sich, überflutete die Wege zwischen den Bäumen, bis sie dämmerig und fremd waren wie der Meeresboden. Die Kerzen öffneten weit ihre breiten Blüten, die im Schein der ersten Sterne schimmerten. Ihr Duft breitete sich aus und nahm die Insel in Besitz. Untertitelung des Jungs